Herzlich Willkommen zum Lecturecast Internationales Privatrecht. Dass ein privatrechtlicher Sachverhalt Auslandsbezug hat, das ist in einer globalisierten Welt ganz häufig, wenn nicht geradezu typisch. Sie fahren ins Ausland und haben dort einen Verkehrsunfall oder sie kollidieren mit einem Touristen in Österreich auf der Skipiste oder sie schließen grenzüberschreitende Kaufverträge. Das ist in mehrgliedrigen Handels- und Lieferketten ganz typisch und ganz selbstverständlich. Und dieser Umstand, dass ein privatrechtlicher Sachverhalt einen Auslandsbezug aufwirft, der wirft gerade im Privatrecht spezifische Fragen auf. Warum? Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie verkaufen einem tschechischen Händler eine Ware. Und der Erwerber macht nun gewährstungsrechtliche Ansprüche geltend. Er ist gewöhnt, nach dem tschechischen Zivilgesetzbuch beurteilt zu werden und Sie sind gewöhnt, nach dem österreichischen ABGB beurteilt zu werden. Jetzt kann aber natürlich für einen und denselben Vertrag nicht beides gelten. Es kann nicht sein, dass der Vertrag gewährstungsrechtlich sowohl nach dem ZGB als auch nach dem österreichischen ABGB beurteilt wird. Das heißt, wir haben eine sogenannte Kollision von privatrechtlichen Bestimmungen oder besser gesagt eine Kollision von Privatrechtsordnungen und die Aufgabe des internationalen Privatrechts ist es jetzt gerade diese Kollision zu regeln und diese Kollision im Ergebnis dann auch aufzulösen. Deswegen ist Kollisionsrecht auch ein Synonym für internationales Privatrecht und es ist sogar der bessere Begriff, weil wir wie gesagt mit einer Kollision verschiedener Privatrechtsordnungen zu tun haben, während der Begriff des internationalen Privatrechts in doppelter Weise irreführend ist. Auf der einen Seite ist internationales Privatrecht zumindest, wenn man sich diesen Begriff geschichtlich anschaut, nicht international im eigentlichen Sinn. Denn jeder Staat muss selbst, also national mit dieser Kollision umgehen. Mit dieser Kollision gehen wir in Österreich um, mit dieser Kollision geht die Tschechische Republik um, mit dieser Kollision müssen die Vereinigten Staaten umgehen. Das heißt, insofern ist das internationale Privatrecht eben nationales Recht. Und es ist auch nicht Privatrecht, denn, und das ist die eigentliche Aufgabe des IPR, also des Kollisionsrechts, es handelt sich eigentlich nur um Verweisungsrecht, aber jedenfalls eben nicht um materielles Privatrecht. Das heißt, das Ergebnis eines international privatrechtlichen Falles ist nie, der Käufer hat gewährleistungsrechtliche Ansprüche gegen den Verkäufer, in unserem Beispiel, oder A bekommt von B Schadenersatz, wenn wir an einen Unfall auf der Skipiste mit internationalen Beteiligten denken, sondern das Ergebnis eines international privatrechtlichen Falles muss stets sein, die Frage ist nach dem Recht des Staates X oder nach dem Recht des Staates Y zu entscheiden. Das heißt, wir sprechen von Verweisungsrecht. Also weder materielles Privatrecht noch internationales Recht, eigentlich eher Kollisionsrecht. Und in der englischen Bezeichnung Conflict of Laws zeigt sich diese Begrifflichkeit auch sehr deutlich. Jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie wir mit einer solchen Kollision umgehen. Das heißt also, wie gehen wir in einem solchen international privatrechtlichen Fall an? Und Sie werden sich das natürlich für Ihre Prüfung, sei das mündlich oder schriftlich, zunächst stellen. Die Frage, was mache ich eigentlich in einem solchen Fall des privatrechtlichen Sachverhaltes mit Auslandsbezug. Wichtig ist nur eins, wenn wir jetzt zivilrechtlich, wenn wir ganz privatrechtlich denken, dann können Sie sich eine Frage, eine Vorfrage nämlich sparen bei der Beurteilung. Sie müssen nicht die Frage beurteilen, ob der Fall in Österreich oder in Deutschland oder wo auch immer vor die Gerichte kommt. Das heißt, die internationale zivilverfahrensrechtliche Problematik, das heißt die Problematik der internationalen Zuständigkeit, das ist natürlich die Vorfrage, die können Sie ausklammern. Warum ist das die Vorfrage? Wenn wir beispielsweise unseren Skiunfall, der sich in Österreich ereignet hat, mit einem holländischen Beteiligten und einem österreichischen Beteiligten, wenn wir dort einmal fragen, welches Gericht ist zuständig, dann muss diese Frage natürlich zuerst einmal geklärt werden. Wenn wir nicht einmal wissen, ob ein Gericht in Österreich diesen Fall annimmt, dann brauchen wir uns die Frage gar nicht stellen, nach welcher Rechtsordnung das österreichische Gericht diesen Fall beurteilen würde. Das heißt, diese Frage des internationalen Zivilverfahrensrechts ist eine Vorfrage und diese Vorfrage ist genauso wie das internationale Privatrecht selbst zu weiten Bereichen durch Europarecht determiniert. Das heißt, es gibt Verordnungen der Europäischen Union, die für diese Bereiche relevant sind, wenn wir uns im Bereich des internationalen Privatrechts dann noch die einzelnen Rechtsquellen ansehen. Für den Bereich der internationalen Zuständigkeit, wie gesagt, den müssen Sie nicht beurteilen, weil das traditionell ein Teil des Zivilverfahrensrechts ist, genauso wie Sie die nationalen Zuständigkeitsregelungen auch nicht beherrschen müssen, wenn Sie den Fall im materiellen Privatrecht lösen. Diese Zuständigkeitsregelungen kann man aber vielleicht ganz kurz dem besseren Verständnis halber darstellen. Wenn wir uns also tatsächlich kurz das internationale Zuständigkeitsrecht ansehen, dann haben wir eine Rechtsquelle, die für uns ganz wichtig ist, nämlich die Europäische Gerichtsstands- und Vollstreckungsverordnung, die EuGVO. Dort ist geregelt, wo ich in einem Privatrechtsfall mit Auslandsbezug die Klage einbringen kann, wenn es sich um einen Auslandsbezug handelt, der sich auf das hohes Gebiet der Europäischen Union beschränkt. Und dort haben wir ein Prinzip, das Sie in allen Mitgliedstaaten in Wahrheit finden und deswegen war es auch nicht schwierig, dieses Prinzip in die EuGVO zu integrieren und das lautet Actors Seguidur Forum Re. Das heißt also, dass der Kläger grundsätzlich sich an den Gerichtsstand des Beklagten wenden muss. Das heißt also, wenn beispielsweise unser österreichischer Geschädigter den niederländischen Schädiger klagen möchte, muss er prinzipiell zu seinem Wohnsitzgerichtsstand, also in die fremde Heimat gehen und dort seine Klage einbringen. Aber in der EuGVO gibt es ein paar Zuständigkeiten, die Sie also alternativ zu Actors Seguidur Forum Re ins Treffen führen können. Da haben wir zum Beispiel den Gerichtsstand des Schadenseintrittes, das wäre in unserem Beispielsfall in Österreich, da können wir die Klage in Österreich einbringen. Oder das wäre der Ort der bedungenen Vertragserfüllung, der dazu führt, dass Sie auch dort die Klage einbringen können. Das sind so Wahlgerichtsstände, wo also der Kläger sich aussuchen kann, ob am Wohnsitz des Beklagten seinen Anspruch geltend macht oder ob er eben am deswegen eben auch Wahlgerichtsstand die Klage einbringt. Das heißt also, in unseren beiden Fällen, die Ware wird ins Ausland verkauft, der Unfall ereignet sich in Österreich, hätten wir auch tatsächlich eine Gerichtszuständigkeit in Österreich. Und die Fälle werden meistens so gebastelt sein, dass im realen Leben die Zuständigkeit in Österreich auch tatsächlich zu bejahen ist. Aber wie gesagt, Sie müssen diese Zuständigkeit nicht prüfen. Neben der EuGVO haben wir noch eine zweite Verordnung, die auch ganz wichtig ist. Wir werden uns dann in einem eigenen Lecturecast anschauen. Die Europäische Erbrechtsverordnung, der europäische Gesetzgeber ist in jüngerer Zeit dazu übergegangen, internationale Zuständigkeit und internationales Privatrecht, so als One-Stop-Shop in einer Verordnung einheitlich zu regeln. Neben den Wahlgerichtsständen gibt es noch in der EuGVO, sollte man auch noch dazu sagen, gewisse Personengruppen, die besonders geschützt werden und dazu zählen insbesondere Verbraucher. Also ein Verbraucher, dem kann man seinen Heimatgerichtsstand in Wirklichkeit nicht wegnehmen. Das heißt also, er kann einen Vertragspartner zu Hause klagen und er ist auch vor den Gerichten seiner Heimat oder seines Wohnsitzes umgekehrt zu beklagen. Und das kann man durch Gerichtsstandsvereinbarung auch nicht abändern. Das heißt also, die Verbraucher sind schon, was den Gerichtsstand betrifft, geschützt. Die können ihre Prozesse zu Hause führen, wenn wir das etwas vergröbert sagen wollen. Und damit ist diese Vorfrage geklärt und dann sind wir in einer Situation, wo dann der jeweilige Staat, dessen Gerichte zuständig sind, sich die Frage stellen muss, welches Privatrecht wende ich auf einen Fall mit Auslandsbezug an. Und hier ist ein Punkt ganz vor die Klammer zu ziehen und er ist ganz wichtig und wird oft auch falsch beurteilt. Es kann sein, dass ein österreichischer Richter genauso wie ein deutscher Richter oder ein US-amerikanischer Richter fremdes Privatrecht in einem Fall zur Anwendung bringt, der von ihm entschieden wird. Das heißt, es kann sein, dass in unserem Fall, den wir gerade besprochen haben, ausländisches Privatrecht zur Anwendung kommt, wenn es beispielsweise um den Kaufvertrag zwischen dem österreichischen Verkäufer und dem tschechischen Erwerber geht. Es kann sein, dass ausländisches Privatrecht zur Anwendung kommt, wenn zwei Holländer und Österreicher beispielsweise auf der Piste zusammenstoßen. Warum ist das so? Weil das Leitprinzip des internationalen Privatrechts ist nicht das Territorialitätsprinzip an das öffentlichen Recht in weiten Bereichen, dass also die Anwendung des Privatrechts an der Staatgrenze aufhört, sondern es geht uns um die Suche nach der geeigneten, die Suche nach der passenden Rechtsordnung. Das kann eben auch eine andere als diejenige sein, dessen Gerichte zur Anwendung, dessen Gerichte den Fall also entscheiden müssen. Und da kann es viele Gründe dafür geben. Wenn Sie sich an den Fall zurückerinnern, wo eben zwei Holländer in Österreich auf der Piste zusammenkrachen, kann es schon sein, dass es sachgerecht ist, den Fall hier zu entscheiden in Österreich. Man kann die Zeugen hier einvernehmen, man kann den Lokalaugenschein hier abführen, aber dass man beispielsweise das niederländische Waitbook für die schadensrechtlichen Fragen zur Anwendung bringt. Und genauso kann es auch sachgerecht sein, dass der österreichische Richter beispielsweise in unserem Vertrag zwischen einem österreichischen Verkäufer und einem tschechischen Erwerber etwa eine Rechtswahl für Schweizer Privatrecht akzeptiert. Und daher fremdes Privatrecht zur Anwendung bringt. Also die Suche nach der passenden Privatrechtsordnung ist die zentrale Aufgabe des IPR. Das gilt nicht nur in Österreich, das gilt international und das gilt auch nicht erst seit gestern, sondern das gilt schon seit vielen Jahrhunderten. Schon im Mittelalter hat sich ein internationales Privatrecht aufgrund des Seehandels, ein sehr ausdifferenziertes internationales Privatrecht bereits herausgebildet, um genau diese Fragen eben zu klären. Die Frage ist nun, ich habe es Ihnen vorhin angekündigt, die Frage ist nun, welche Regelungen wendet also der österreichische Richter an, um seinen Privatrechtsfall mit Auslandsbezug zu entscheiden? Und da wollen wir uns ganz kurz eine Rechtsquellen-Grafik ansehen. Wenn wir also einen Fall mit Auslandsbezug haben, in dem also das internationale Privatrecht zur Anwendung kommt, dann müssen wir, wenn wir uns in die Position des entscheidenden Richters versetzen, überlegen, welche Kollisionsregelungen wende ich an. Und da hat der Richter drei Möglichkeiten. Er kann entweder das Bundesgesetz, das österreichische Bundesgesetz über das internationale Privatrecht zur Anwendung bringen, das sogenannte IPAG, oder er wendet europäische Verordnungen in den jeweiligen Bereichen an oder er greift auf Staatsverträge zurück. Das heißt, wir haben im Ergebnis drei mögliche Rechtsquellen. IPAG, EU-Verordnungen und Staatsverträge. Die Frage, welche Rechtsquelle der Richter anwendet, das kann er sich natürlich nicht aussuchen. Früher, bevor Österreich der Europäischen Union beigetreten ist, war fast das gesamte internationale Privatrecht im IPAG geregelt. Sie müssen sich das IPAG als Kodifikation des IPR vorstellen, indem sie den allgemeinen Teil, das Schuldrecht, das Sachenrecht und alle weiteren Regelungen gefunden haben. Und mit der Zeit sind mehr und mehr Verordnungen der Europäischen Union in Kraft getreten. Und diese Verordnungen nennen wir auch als die Römer-Verordnungen, haben mit der Zeit immer mehr und mehr das IPAG wie einen Schweizer Emmentaler durchlöchert. Warum? Weil viele Bereiche, die früher im IPAG geregelt waren, mittlerweile in Rom-Verordnungen gefunden werden können. Und eine neue Entwicklung, neben den Rom-Verordnungen haben wir auch eine EU-Erbrechtsverordnung. Sodass wir weite Bereiche nicht mehr im IPAG finden, sondern in europäischen Verordnungen. Zur Abgrenzung werde ich gleich kommen. Und dann haben wir auch noch die eine oder andere Regelung in den sogenannten Hager-Staatsverträgen. Das sind völkerrechtliche Vereinbarungen, die also nach dem Abschlussort bezeichnet auf der Hager-Konferenz für internationales Privatrecht beschlossen wurden und die also eine völkerrechtliche Vereinheitlichung des internationalen Privatrechts in manchen Bereichen bringen. Aber eben nur in sehr wenigen Bereichen. Also eine Trias der Rechtsquellen, die ursprünglich vom IPAG wie gesagt beherrscht war. Da gab es noch keine europäischen Verordnungen, da gab es nur den einen oder anderen Staatsvertrag. Und heute ist es so, dass wenn wir internationales Privatrecht meinen oder internationales Privatrecht sagen, in weiten Bereichen über die Römerverordnungen und die EU-Erbrechtsverordnung sprechen. Wir haben in der Rom I Verordnung Regelungen für internationale Privatrechtsfälle, die vertragliche Schuldverhältnisse in Zivil- und Handelssachen betreffen. Das heißt, das gesamte Vertragsrecht und vertragliche, rechte vertraglichen Schuldverhältnisse finden Sie in der Rom I Verordnung. Wir haben in der Rom II Verordnung Regelungen für außervertragliche Schuldverhältnisse. Das heißt, der Bereich des Schadensersatzes, der Bereich des Bereicherungsrechts sind etwa durch die Rom II Verordnung geregelt. Und wir haben in der Rom III Verordnung eine Regelung für das internationale Scheidungsrecht. Und wie der Name sagt, in der europäischen Erbrechtsverordnung finden wir dann international privatrechtliche Regelungen für den Bereich des Erbrechts. Das heißt, wenn wir uns diesen Bereich jetzt im Sinne unserer Pandektistik anschauen, ist eigentlich nicht mehr viel für das IPAG übrig geblieben. In Wahrheit das Sachenrecht, bestimmte Bereiche des allgemeinen Teils, aber auch nicht viel mehr. Und im Bereich der Staatsverträge haben wir insbesondere zwei Staatsverträge, die auf der Hager-Konferenz abgeschlossen wurden und die für uns von Interesse sind. Nämlich das Hager Straßenverkehrsübereinkommen. Da geht es um internationale Straßenverkehrsunfälle und Hager-Vereinbarungen über das Unterhaltsrecht. Da geht es um Unterhaltsansprüche zwischen Ehegatten und zwischen Eltern und ihren Kindern und in die andere Richtung auch. Also unterhaltsrechtliche Ansprüche, sowohl auf der horizontalen als auch auf der vertikalen Ebene. Und wenn wir uns jetzt diese Regelungen im Detail zu Gemüte führen, dann werden wir mit den europäischen Verordnungen beginnen, die insgesamt sicher die wichtigsten sind in der Rechtsanwendung. Und dort werden wir uns ganz systematisch zunächst die vertraglichen Schuldverhältnisse anschauen und dann weitergehen bis hin zur europäischen Erbrechtsverordnung.